Es kam aus Bikini Bottom. So, und ich muss jetzt wie bei Patrick trinken. Hin und her fliegen. Und, was, vergiss nicht, die Berittballons einzusammeln mit Flugzeuge, die aus Mod gebaut wurden, verbrauchen verdammt viel Sprit, weißt du. Ach, ich hab gerade nicht überhaupt nicht gesehen. Abschließend. So, war mal ein super, äh... Ja, ne? So, ah, endlich bin ich mit diesem Scheiß-Bringen, die nicht immer drüber sein. Halten Sie Ihre Hüte fest! Wer keine Huf hat, soll sich einen besorgen! So... Juhu, was für ein Spaß! Seit wann machen Qualmgeräusche? Wie lange geräuschen. Oh, Quatsch. Ich weiß gar nicht, ist das eigentlich die Originalstimme von Pernod eigentlich nicht. Ich weiß gar nicht, das tut ja normal. Jetzt bin ich richtig sauer! Jetzt bin ich richtig sauer! Jetzt bin ich richtig sauer! Das stand wie im Weg! Ich komme! Also... Ich war jetzt zu bezweifeln, dass ich original habe. Ich hab echt gerade... Ich hab so lange schon kein Fernsehen mehr bekommen. Und dadurch natürlich auch, äh, lange keinen Sportbob mehr. Ich hab's überhaupt nicht mehr weiß, wie... äh, wie die klingen. Also, das Sportbob anders klingt und Patrick anders klingt. Sowieso alle anderen Ankläste. Aber eigentlich... Ich weiß doch nicht mehr. Und wenn nicht, dann finde ich, die haben... Angeplatte haben eigentlich relativ gut gemacht, äh... Ruh, du hast überraschend viele? Denn wir sind gut, äh, trocken. Soll ich das Ding fliegen? Äh, ne bitte nicht. Diese Spanne laufen in der Rappung! Woah! Ach, was für eine schreckliche Zerstörung! Jetzt kommt das Ende! Schreckliche... Hilfe! Ich hab gerade... ... die Tante zerstört. Ja, ich zumal... Aua! Klappe! Hallo? Hallo? Ach... ... ... Ja... ... 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